Wir sind in Deutschland und in Frankreich, wir sind in Portugal, wir sind in Portugal, wir sind in Portugal. Wir berichten regelmäßig darüber, was in der Stadt passiert und der IS versucht das zu verhindern. Es ist eine schöne Sache, dass es auch mal programmierte Sänger gibt und nicht immer nur menschliche. Nächster Bus in zwei Stunden. Unendliche Energie hat er mich durchströmt in Erwartung dieser wahnsinnigen Party. Meatloaf, I love Meatloaf. Bye, bye.